Was haben wir hier wollen? Ich weiß für mich ja, wie ist der Lars und keiner kommt auf die Idee, die mitzunehmen. Und er bringt die Lösung nicht auf unsere Big Picture. Ja, das, was du auch in dieser Nachhabe, das ist ein Mensch. Der macht mich nicht gerade so richtig beruflich und auch so recht auf den Wein. Aber das ist noch ein Mensch. Jeder rosa Kuschelhabe ist einfach viel zu groß, als dass ihn jemand mitnehmen könnte. Den Touristen und Wanderer scheiß zu sein. Über 6 Meter hoch und echt nicht in der Lage ist die Spanien. Damit der größte Schwarzhaber unserer Medien. Die größte Gruppe, die in den Nordröserreich kam auf ihre soziale Scheuern entgegen. In den letzten Jahren an Arbeit, die in der Riesenlage aus Pollen und Stroh und Pionier an der Roserolle. Und warum nicht? Weil doch nur so, ein Kunstprojekt eben. Das soll doch noch 20 Jahre lang liegen bleiben für dieses Foto-Amerikas. Und das ist auch nicht so, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist. Und das ist auch nicht so, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist. Einmal auf eine so großen Kuschelhabe zu schauen. Kuschelhabe zu schauen. Kuschelhabe zu schauen. Kuschelhabe zu schauen. Ja. Vielen Dank.